Oh mein Gott, Leute, ich habe mich diesmal in eine koreanische Zombie-Serie integriert. Diese Serie nennt sich All of Us Adele. Falls du noch keine 16 bist, solltest du die Serie auf gar keinen Fall schauen, denn sie ist sehr, sehr brutal. Worum geht es überhaupt in dieser Serie? Die Serie dreht sich um eine Gruppe Schüler, die sich in ihre Schule verschanzen, als sich der Zombie-Virus in Windeseile ausbreitet und zur tödlichen Bedrohung wird. Was ich an dieser Serie sehr, sehr spannend fand, ist, wie anders jeder Mensch sich in dieser Situation verhält. Als Beispiel, der eine oder die andere nögelt noch, obwohl die Welt am Untergehen ist. Falls du die Serie gesehen hast, was fandest du gut und was fandest du nicht so gut? Und wer ist überhaupt dein Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin?